Yo Leute was geht ab? Balkan Express ist wieder back mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Und auf jeden Fall Leute, heute werde ich mal ein Video machen. Heute ist Donnerstag Leute, ihr wisst morgen ist der letzte Tag. Ja, morgen ist der letzte Tag. Morgen haben wir eigentlich nach der Schule eine Woche Ferien. Ja Leute, und auf jeden Fall zeige ich euch dann morgen meine Zeugnisse. Ich weiß, die werden jetzt nicht so gut sein, aber schreibt mir dann mal in die Kommentare, was eure Zeugnisse waren. Was heute eigentlich das Ding ist, heute war eigentlich mein bester Schultag ever. Und zwar bevor das Video angeht, liebe Grüße an Nessa12345. Malek, auf jeden Fall mal Malek, Laki und Oma. Ja, Leute, heute war der beste Tag in meinem ganzen Leben. In der Schule meinte ich. In der Schule, einfach so geil Leute. Heute in der Früh so, oh man, Schule. Ach, diese Schule. Ich würde mich ganz so dumm, aber nein. Und zwar, wir haben hier einen Afghaner, wie gesagt, Nessa. Und auf jeden Fall, der ist einfach rausgeflickt. Leute, ich muss euch das so, ach, ihr hört zu. Es war normal, Mathe, Deutsch, dann hatten wir Englisch, Biologie und dann Essen, dann Mandela, Meer. Okay, hörst du. Erste Stunde, Englisch. Zweite Stunde, Deutsch. Dritte Stunde, Mathe. Vierte Stunde, Geografie. Danach, Geografie sind wir im Speisesaal was zum Essen gegangen. Also, wir sind in der fünften Stunde essen gegangen, im Speisesaal. Danach, der sechsten Stunde hatten wir Lernzeit. Da machen wir unsere Hausübung. Dann die sechste Stunde hatten wir, ja, die zwei Stunden, die wir, ich bin sieben, acht Stunden in der Schule und dann hatten wir diese zwei Musik. Wir haben so gemacht, wir haben auf einen kleinen Zettel geschrieben, unsere Lieblingslieder, was wir wollen. Und ich habe von Kapital gemacht, also das Leben ist so. Und leider wurde ich nicht, aber die anderen. Und auf jeden Fall, die Lehrerin hat gesagt, heute ist was anderes, heute dürft ihr mittanzen. Mit singen, alles was ihr wollt, aber nicht laut sein. Und Leute, wir sind so ausgefliebt, Leute, ich habe so getanzt. Ich habe eigentlich noch nie in der Schule getanzt, mir was ich pendle, aber heute war es mir aus irgendeinem Grund. Also wirklich scheißegal, und es hat so Spaß gemacht, Leute. Und auf jeden Fall, heute war wirklich einer der besten Schultage. Was ich jetzt erzähle, so uhr kurz, ne. Aber das war einfach so Hammer, ne. Dieser Nessa, dieser Afghaner, der ist so lustig, Leute. Mit dem werde ich mal ein Video machen, Leute. Dann wird sie einfach sehen, was ich meine. Der ist einfach so lustig. Und auf jeden Fall, den feiere ich einfach. Nessa, abonniert seinen Kanal, Leute. Nessa, Nessa, 1, Nessar, 1, 2, 3, 4, 5. Er ist einfach nur so gut, Leute. Und das war wirklich der beste Schultag. Singen, tanzen, alles was wir wollen, ne. Und folgendes war auch der beste Tag, weil jeder dürfte einfach 3 Stunden mit dem Handy. Ich hatte leider mein Handy nicht dabei, aber die anderen Schüler hatten ihr Handy dabei. Das wird es nur einmal geben, in 15 Jahren. Ja, Leute. Ciao. Spaß bei 6, Leute. Man da, piep. Auf jeden Fall, ja, Leute. Wir haben Musik gemacht. Dieser Unterricht. Und das war so was von geil, ne. So geil, das war wirklich der beste Schultag. Wir haben getanzt. Wir haben da Watch Me Web. Dann haben wir Rolex. I got rolly, 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 wanna, da, 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 wit, oder wie er das sagt. Wenn jetzt irgend so ein Hater sagt, das denkt man nicht so. Das denkt man nicht so. Irgendein Hater. Da kracht's. Aber wie? Und auf jeden Fall, ja, Leute. Das war einfach so, so, so. Nass. Ja, Leute. Es kommt. Es kommt morgen ein Video, wie ich mein Zeugnis zeigen will, werde. Und ja, Leute. Ich bin auch gespannt, ne. Auf jeden Fall. Werde ich nicht sitzen bleiben. Chill, 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 chill. Nicht böse gemeint als Ripper mich, aber vielleicht habe ich einen Fünfer. Und auf jeden Fall. Was hast du gesagt, du kleiner Pescher? Eine richtige Blamage. Du bist am Arsch, Karlet. Gefällt dir das? Gefällt dir das? Und ja, auf jeden Fall. Das war eigentlich der Tag, ne. Morgen werde ich zuerst meine Zeugnis abholen. Ich rufe meine Mutter und nach der Schule gehe ich mal sofort zu meiner Schwester mit meinem Bruder. Na, Leo, zuerst kommen wir zu Hause. Na, gehen wir nicht zu Hause. Also, okay, Planänderung. Wir gehen nicht nach der Schule sofort nach Hause. Zuerst legen wir unsere Schultaschen ab und dann, ja. Aber bis dahin werde ich einen Vlog machen zu meiner Schwester. Einen kleinen, nein, keinen Vlog. Ne, das dauert dann, weil ich will zwei Videos machen. Mein Zeugnis und wie ich bei meiner Schwester bin. Das heißt, wir überspringen mal die große Sache, ne. Und jetzt, wenn jemand ein Hater hier ist, dann... Ja, Leute, was ein Problem war, ihr seht ja, das ist ein Spielzeug. Und ja, ich habe das meinem Freund geschickt, diese Spielzeugwaffe. Und die Lenn hat es gesehen und hat gedacht, echte Waffe, ne. Ich bin am Arsch. Eine richtige Blamage vor den ganzen Scherlern. Du bist am Arsch, du bist am Arsch. Und ja. Auf jeden Fall, so wird es morgen ablaufen. Ich komme von der Schule um ein Uhr, ne. Ich komme zu Hause. Ich komme zu Hause. Erst was. Dann lege ich meine Schulterschapp. Die mir ist doch auch was. Ich lege auch seine Schulterschapp. Und wir gehen zu meiner Schwester. Ich nehme ein Stativ mit und wir machen dort bei meiner Schwester ein Video. Und ich werde mein Zeugnis mitnehmen. Und der zweite Video wird auch kommen, wie ich mein Zeugnis zeigen werde. Und ja, Leute, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euer Zeugnis war. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Marco, von dir will ich jetzt ganz, ganz dringend wissen. Von dir, Marco. Okay? Von dir. Aber schreibt mir per WhatsApp, okay? Weil das geht diese Hater-Kommentare ja nix an. Ihr Hater! Marco, schreibt mir die WhatsApp-Kommentare. Nur schreibt mir die Kommentare. Die WhatsApp-Kommentare ist gut. Und auf jeden Fall. Ja, Leute. Eigentlich gibt es mir nichts zu sagen. Ja, Leute. Und auf jeden Fall. Hörsa-Kommentare.